Hallihallo, herzlich willkommen auf YouTube, liebe YouTubes bei Merchant of the Skies. Folge, ich habe es schon wieder vergessen, macht aber auch nichts, ihr wisst das sicher. Es steht nämlich auch unten, neben dem Subscribe-Button übrigens, wo man draufdrücken kann. Und ja, wir brauchen den Leuchtturm unbedingt. Und für den Leuchtturm brauchen wir 10 Farben, 20 Zahnräder und 10 Juwelen. Das heißt, die Zahnräder werden da produziert. Naja, die Juwelen, die kosten ja so viel. Ja, das kriege ich gar nicht. Was? Wo werden die Zahnräder, da oben werden die Zahnräder produziert, gell? 15 Zahnräder haben wir schon. Sehr gut. Und während die produziert werden, oh, hoffentlich ist da genug Lager. Wie viele brauchen wir jetzt? 20. 20. Ja, ich glaube da ist noch viel frei. Ja, dann können wir inzwischen Juwelen besorgen. Wir könnten eine Juwelenmine kaufen. Wir brauchen irgendwann Juwelen. Und die brauchen wir auch irgendwann. So Regenbogenwälder. Ja. Ich würde sagen, dann machen wir das gleich, oder? Wo ist die nächste Juwelenmine? Schau mal. Was denn? Ja, wo ist die nächste Juwelenmine? Ach so. Nice. Wir können eine Villa kaufen. Eine was? Eine Villa. Eine Edelsteinschau? Das ist gar nicht so weit. Ich meine, das ist schon weit weg. Echt? Sonst haben wir noch diese ganz am A der Welt. Mhm. Ja, dann nehmen wir mal die an. Nehmen wir die? Ne gut. Wenn du sagst, wir nehmen wir die, dann nehmen wir die. Schau mal, die ist auch nicht. Die können wir auch gleich kaufen. Das brauchen wir auch irgendwann. Aber da kommen wir immer wieder vorbei. Ja. So. Ist das? Nein. Das. Mistviech. Auf deutsch. Wenn oben willst du dann keiner mehr geben, oder? So, warte. Einsameln, einsameln. Voll repariert. Haben wir eigentlich deine Tankstelle irgendwo? So, eh. Da. Nein, verdammt. Na gut. Na gut. Wir werden schon eine finden. Das müssen sie da abschleppen lassen. Was müssen wir da abschleppen? I. Ist das. Das andere, warum ist das R? Natürlich. Okay. Kaufen, 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 kaufen. Kann man da abbauen. Ach. Und dann brauchen wir ein Lager. Was denn? Gut, dass wir Holz mit haben, unser Zeug. Dann brauchen wir... Edel... Uah, fünf Erze. Tausend. Tausend Gold. Braucht man irgendwas für Edelstein eigentlich? Da könnte man dann eigentlich unsere Destro weit weg. Und da rundherum ist auch keine Schattation. Ist das eigentlich Karawan? Ja. Ach, die müssen wir ja auch noch bauen. Gut, dass wir da sind. Da unten. Okay, das heißt, wir brauchen... Fünf Erze, fünf Ziel. Und das ist Edelstein. Das ist Edelstein. Edelsteinmine. Tausend G. Fünf C. Und fünf E. Okay. Schließen. Aber ich kann schon mal einlagern. Wirklich. Ach, das verbessere ich mich. So. Und dann... Wo ist die nächste Tankstelle? Da ist ja noch eine. Ist da eine Tankstelle? Ja, das ist immer so, oder? Andere. Na, wir sind da. Da ist eine Ladesituation... Gut, dann brauchen wir da die Ladestation. Äh, 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 äh ja! Ausgeht sein! Ausgeht sein! Ihh! Kaufen! Ich bin immer was! Hi! Willi, gittінge. Ein teurer Etzel, Hammer rockets nicht. Na gut. Wir wollten ja auch nur aufladen eigentlich. Oh, da ist ja der Leuchtturm. Was braucht der noch mal? Ah ja. Nur 20? Nein, das haben wir ja bald. Mhm. Wir brauchen nur noch die Farben und die Juwelen. Ja, wird ja dann so bunt und so. Glaubst du? Na, wenn wir Farben und die Juwelen brauchen. Naja, die Juwelen brauchen wir für den Kristall, weißt du, dass einem das Licht dann ausstrahlt. Und die Farben brauchen wir zum Anmalen, ne? Na eben. Naja, das wird ja bunt, vielleicht wird er bunt. Weiß ich nicht. Wir werden ja erstaunt. Dann könnten wir da oben diese Regenbogenwaldinslauch kaufen, weil dann könnten wir gleich die Farben, weißt du? Wir kaufen einfach die Farben da günstig und was immer kaufen. Na, wir wollen's ja selber abbauen, weil dann können wir's doch teuer verkaufen. Oh ja, wir brauchen kein neues Schiff. Nicht so schnell zumindest. Wir müssen noch Inseln kaufen, die haben wir noch nicht. Ja, dann du! Na also. Okay. Ähm, was können wir da? Da können wir Äpfel. Aber du könntest dort Äpfel kaufen und dann... Ah nein, die Äpfel holen und dann gleich welche kaufen. Dann hol ich die dann auch mit. Beim nächsten Mal hol ich die. Okay. Also, wir brauchen Zahnräder. Die haben wir jetzt eh schon 18. Das geht sich aus bis die 20. Aber wir brauchen für die Edelsteinmine, 1000 Gold, 5 Ziegel. Die haben wir aber 5 Erz. Und die Erze gibt's nur da, weil leider werden die immer gleich... Dann will ich noch eine Erzinsel? Also? Ja, die aber nix tut. Noch immer nicht? Naja, du sagst, ich darf nix bauen. Das sag ich da sicher nicht. Na dann fahren wir hin und bauen Erz ab. Ja, was brauchen wir denn dafür? Na dann. Für das Erzabbau-Dingens? Ne, brauchen wir irgendwas, was wir nie haben. Ohja. Sehen wir gleich. Das ist nicht so gerade. Schließen, schauen wir mal. Genau. Und zwar braucht man da... Ahja. Okay. Das heißt, wir brauchen nur noch Ziele, aber die haben wir eh. Wofür hätten wir die Ziele? Wir brauchen jetzt zehn. Für die Windmühle? Nein. Du baust heißt die Windmühle, oder? Nein, baust du jetzt auf, oder? Na gut. Dann... Arbeiterzuweisen? Drei! Alter! So, wo ist das nächste Haus? Und ist dein Haus? Ja. Dann könnten wir da mal schnell... ...kaufen. verkaufen, kaufen, verkaufen. Weißt du? Einsammeln. Mist. Komm, schneller! Schneller, bevor du wieder neue Ware kriegst. Schneller! Was kaufen wir eigentlich? Aber zehn Farben brauchen wir ja, gell? Zehn Farben brauchen wir. Oh, dein Brief. Verbinde die Welt wieder. Bist du beschäftigt? Haben wir eine Aufgabe für dich? Bei Briefkästen in Red Clouds? Baut 05.2. Bei Briefkästen in Sunfall? 05.2. In Asia Edge? Na dann. 4.000! Akzeptiert. Und weißt du, was wir da machen? Wie ich sehe, hast du unsere Reaktion bereits kennengelernt? Wir sollten daran arbeiten, die Kommunikation zwischen ihnen zu verbessern. Was? Kannst du mir beim Aufbau der Briefkästen helfen? Im Moment sind die Briefkästen nur in der Region Ancient aufgestellt. Aber ich habe auf... Was? Ich habe Anfragen erhalten, die auch in allen anderen Regionen zu erreichen. Okay. Lass uns fast mindestens zwei Briefkästen in jeder Region aufstellen. Beginnen mit Red Clouds. Ich errichte sie bei den Kaufmannsgilden. Ash gab ihre Erlaubnis dazu. Na dann, wenn sie Ash erlaubt hat. Kaufen, kaufen, kaufen. Das Holz ist ja auch so bild, gell? Ähm, aber ich habe keinen Platzzettel. Und T ist teuer. Und so brauchen wir ihn eigentlich? Holz und Kaufen. Na da. Ich weiß nicht so, wie viel er staked, weißt du? So 30, oder? Nein. Steuern senken. Ah. Wir haben 20 Tickets. Ja, natürlich. Nochmal. Nochmal um 30. Aber das ist immer günstig. Ja, noch günstiger. So, tippt. 4,68. Weil ich zahle 4,68 und dann nochmal steuern. Wie viel hoch sind die Steuern eigentlich? Das ist ja auch Wurst. Ähm, und dann... Fahre ich ein bisschen herum. Fahre ich wieder her. Neulieferung. Cool. So. Gut gemacht, würde ich sagen. Mal kaufen. Oh, ich werde ja zu Fabian. Was? Nein. Ich verkauf den Tee. Ja. Wofür braucht man den? Ja, wegen der Nequest dann aber... Ach, diese Questzimmer. Oh ja. So. Tschüssi. Da aufsteuern senken vorher. Aufladen, ich tue jessen. Und... Verkauf. Boah, ist das an. Mal schauen, wie viel die haben. Geil. Gut. So. Und jetzt? Können wir die Zahnräder holen. Und... und Siegel. Oder wir tun mal Äpfel noch Handeln. Aber wir holen mal alles. Ja, das ist ja. Wir holen mal alles, was man... Wir brauchen mal acht Ziegel. Weil die brauchen ja den Stein, gell. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Ähm, die Windmühle bauen. Aber mit sieben Ziegel tue ich nichts. Das heißt, ich brauche mal drei Ziegel. Haben wir da unten jetzt das Steinlager, wo der haben wir auch. Ja, das müssen wir noch, gell? Was? Das... die Edelsteine. Das müssen wir noch. Was brauchen wir da? Von außen Gold, fünf Ziegel und fünf Erz. Du kannst gleich acht Ziegel... ja, acht Ziegel. Perfekt, alle. Du kannst das da mal wieder Stein einlagern. Ja, weißt du, wenn ich den brauche für irgendwas. Das sind jetzt... Ja, was hast du unserer letzte Weile nichts? Ja, unserer letzte Weile nichts. Wir haben ja so viel Glas. Okay. Ah, die machen Glas, gell. Die machen Ziegel und Glas. Die machen das jetzt nicht auf so einen Flaschen? Und Flaschen. Flaschen aus Glas. Okay, das heißt Windmühle. Windmühle braucht zehn Ziegel, ne? Die ist da. Mhm. Mhm. Kann man da hin? Wo ist es schon weit? Uiuiuiui. Da sind Ziegel. Warte mal. Da gibt's nichts. Gibt's da was? Ach. Einmal die... Wie viel Erz haben die jetzt? Ja, das beim Zurückfahren. Da haben sie mir ja... Wollwill. Gibt's da? Nix. Ah ja, die Edelsternmine müssen wir dann... Wie viel Edelsternmine? Äh, aufladen? Ah ja, das war's. Das war's. Die, 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 die. Oh, ein Vollteilchen. Dann, einmal Windmühle bauen. Schnell. Woah, wie viel... Uuuuh, wie viel Schauder sind. Wie viel die haben. Können wir da unsere Brätchen wieder rausnehmen? Ich bin vorhin klar, das ist schauderasant. Aber die müssen dann eh... Die machen jetzt dann eh. Die machen jetzt... Ja, alles so. Ja, leider alles so. Und die machen jetzt dann... Bauen Windmühle... Blut. Aus Weizen. Sie... Backen Weizen zum Backen. Drei Arbeiter! Das sieht sehr aus. Okay. Ich hab vier. Das steht doch auf die Rolle. Ja. Was heißt vier? Wollt das nicht die Bus haben? Nein. Eins, zwei, drei. Ist das vielleicht... Was machen wir mit der Rolle? Komm, da draufdrücken. Also wir alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, wir haben eine Rolle. Wenn man da draufdrückt, da ist ein komischer Vierer. Und man sieht nicht mehr. Und da ist auch so ein Vierer jetzt. Okay. Aber sie machen jetzt auf alle Fälle Weizen, oder? Gut. Farbstoffe, wir brauchen noch eine dann. Ja, aber nicht auf der Weizen. Ja, aber nicht auf der Weizen. Nein, nicht auf der Weizen. Also die Boots ziehen jetzt mal Mehl, genau. Und in Mehl können wir dann Brot machen. Becker? Da, oder? Wo ist denn das? Weizen zu Brot. Das haben wir gar nicht schon vor. Ein Stein. Alter. Okay, ich schreibe auf Ofen, auf Weizen irgendwo. Ofen. Ofen. Weizen. Weizen. 15 Holz. Fünfzehn. Hm. Stein. Herrgott, wir lassen mal die 15 Holz einlagern. Bestimmt. Und dann wieder abhaken. Und die Mühle können wir durchstreichen, oder? Ja, die brauchen wir dann... Ja, warte noch. Nur leicht, weil die brauchen wir dann zum Malen auch noch. Nee, nicht so fest. Ja. Dann fang dann vielleicht... Geht's nachher nicht mehr, wenn du so fest durchstreichst. Die Mühle? Ja. Was ist diese Vier, oder? Okay, jetzt haben wir... Das war durchstreichend. Ähm... Gut, wir machen mal Mehl. Dann, was wollten wir noch machen? Ah ja, da oben die Dings bauen, gell? Was? Unser... Ah, unser... Abbaudingens. Was brauchen wir für das Abbaudingens? Tausend Geld, fünf Siegel, fünf Erz. Ah ja, und da wollten wir den Dings bauen, sowas. Mit fünf Erzten schon abgebaut worden. Genau. Ladestation. Ah, ich brauche ein Haus. Ich brauche ein dringendes Haus. Je. Was gibt's da? Ich höre jedes Mal und erst mal denken wir, da gibt's eigentlich nix. Sechs Erze. Das ist ein Lad. Ah, Stein. Nein! Oh! Okay, das ist jetzt wieder runter. Ausgezeichnet. Aber wir brauchen nur fünf, gell? Ja. Du kannst alle mitnehmen, weil da... Du siehst ja nichts damit. Nein. Nicht. Es ist noch heute kein Platz. Ja, wir werden das... Vier Holz haben wir. Brauchen wir zehn Holz? Nein. Ja, haben wir gleich vorne eingelagert. Das wissen wir brauchen. Ja. Das ist richtig. Gut, jetzt könnte ich ein bisschen mehr lagern. Ah, jetzt können wir sie lagern. Okay, wo war das jetzt? Da, gell? Ist das ein Haus? Ist das ein Haus? Verlassenes Haus. Gehen wir ins Häusern? Nein. Das ist die Bank. Wow! Schau wie... Wow! Das zahlt sich schon aus. Das geht ab und zu sowas. Ja. Das sind so Zinsen wie beim Whisky. Das ist voll kalte Tüste. Das ist meine Klimaanlage. Bauen? Ah nein, jetzt müssen wir es nehmen. Da können wir gleich das Lager ausbauen, wenn es jetzt noch ausgeht. Na, wobei, das brauchen sie auch. Was war das Oven? Yes! Ihr seid einfach die Besten! Ah! Ach, das ist blöd. So. Na gut. Na, der kann ja mal Brot backen. Das heißt, wir brauchen dringend ein Haus und noch einen Arbeiter für da. Merkst du das? Das ist auch so eine Juwelenmine. Was machen wir da? Ein Haus! Aber zuerst müssen wir tanken. Wir fahren noch da und dann tanken wir. Tanken, tanken. Und jetzt, da war das Haus, gell? Das ist echt, echt zum Kotzen. Nein, dann machen wir es so. Ist da auch ein Haus? Auch ein Haus. Weißt du, was wir jetzt machen? Hol ein paar Äpfel, die wir nicht einlagern können. Scheiße. Micha wird auch das einlagern. Das ist das eine Juwelenteil. Der einen Stein. Das ist ja ein Stein. Das ist ja ein Stein. So, das heißt, wir müssen sechs anheuern. Was? Dann fünf müssen wir anheuern. Ja. Oder sind wir da sechs? Ja, wir haben sechs an dem Schiff. Ah, pressen. Und was hätten wir eigentlich tun sollen? Oh, zwei Briefkästen. Schau jetzt mal mal. Dann können wir einen Briefkasten bauen. Weiter. Ah, toll. Zwiebel? Briefkasten. Zwiebel? Ähm, Elfbarn. Fünf Eisen. Baren. EBS quasi. Und fünf Holzbarn. Und dritteln. Okay. Keine Tankstation. Hauptsache eine Werft. Aber keine Tankstation. Was brauchen wir eigentlich nochmal für die Juwelen? Hundert, äh, tausend Gold. Fünf Ziegel. Fünf Eisen. Das haben wir. Und dann? Wo war das? Elfste. Tü, 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 tü. Gut, wie viele brauchen die? Vier. So, Juwelenindels ganz schön. Teuer. Um das kommt. Abreißen. So, gut, dass das Haus nicht weit ist. Das heißt, sie müssen fünf wieder anheuern. Warum fünf? Ja, weil eine brauchen wir noch. Ah ja, für die... Für was? Für den Boden. Kornfeld. Was? Was? Eine Person anheuern. Oh, sie haben eine zu viel. Na, macht ja auch nichts. So, wo ist tanken? Prober tanken. Da, gell? Da auch. Ist das aus? War nicht tanken. Ja, du musst dir auf jeden Fall nochmal zu viel wählen hier. Warum? Ah nein, da haben wir ja... Ich möchte nochmal zu, äh, da her. Mhm. Ja, dann tanken wir halt da. Das geht ja schnell, dann fahren wir da runter, dann sammeln wir die Äpflein. Weißt du? Tanken, tanken, tanken. So. Nein. Wir haben... Was brauchen wir nicht? Diesen einen blöden Ding. Vielleicht spenden oder verkaufen. Kann man verkaufen? Natürlich nicht. Spendigen. Was? Die müssen wir eh, oder? Ja. Da müssen wir hin, müssen wir nicht mehr, weil die haben wir schon alle geklappt. Also. Da kann ich das... Du wolltest das eine Stein? Ja, den einen Stein nicht. Ja, das geht da nicht. Ich kann den einen Stein mit dem Passau verkaufen. Weil dazu braucht man nicht den Handelsposten, sondern was braucht man denn? Die Handelsgilde. Kaufansgilde, die braucht man nämlich. Oh, jetzt hab ich hier, oder? Hm? Wie soll ich so mit Platz? Jetzt mach ich auch so einen Kopf. Ich wollte einen Stein verkaufen. So. Gut, das heißt, was macht man da eigentlich? Was war das? Wieder der Tee? Da ist Stein am Feuer verkaufen, genau. Okay. Ach, Gott sei Dank. Das ist Stein. Oh, ich schau weißt, was das heißt. Wir können ja wieder um. Die liegen Farbe kaufen. Das ist nur ein Einsatz. Aha, vielleicht ist... Ah, das heißt, man muss im richtigen Monat anscheinend. In der richtigen Woche. Ah, die Woche ist uns. Ah, in der folgenden Woche. Alles klar. So. Was wollt ihr? Ah ja. Oh, ist ja wie groß. Wieso? Ah da. Gut. Die haben wir schon Brot gebacken jetzt eigentlich? Oder hat er dazu erst alle gebraucht? Oh, die macht... Oh, 24 Brote. Oh. Nicht schlecht. Das heißt, ich kann irgendwo Weizentäuer verkaufen, ne? Das wird die mal alle nehmen. Ich hab' die Frage, ob die mehr produzieren, als achten sollten. Der malt, wie viel? Zwei am Tag. Und der baut ab? Ja, aber aus wie viel malt der? Vier am Tag. Das heißt, das wird... Aber aus wie viel wird einmal Mehl gemacht? Ach so. Das wäre eine gute Frage. Wir stellen jetzt zwei. Sieben Weizen, zwei Mehl. Okay, gut, dass wir mehr haben. Jetzt haben wir das. Jetzt wollten wir... Wie schaut's aus bei den Edelsteinen? Wieviel haben die schon? Abort. Wo waren die? Rechts. Einer da. Mist... Viech. Mistviech. Einen! Einen am Tag baut der ab. Wir brauchen noch neun. Na gut. Das kann doch ein bisschen dauern. Ladestation. 200. Ne? Können wir aber die Äpfel verkaufen, hm? Eben. Das hier hole ich. Das danke ich nur noch. Das ist eine gute Idee. Oh nein. Die brauche ich dann nachher alle zum Saft machen. Nein... Ich weiß was... Ich verkaufe die, weil die liegen so schön am Weg und die anderen kalten uns. Die da oben. Wir müssen dann Saft machen. Aber wir kalten uns alle. Da wollen wir jetzt nicht unbedingt trinken Geld, oder? Nein, warum nicht? Weil da werden wir dann Apfelsaftproduktionen machen. Wobei wir werden nicht auf beiden Inseln Apfelsaft produzieren, oder? Das stimmt. Aber wo ist das Gasthaus? Wo war das Gasthaus? Oder? Ja. Wo? Ah ja, Gasthaus. Das heißt, die ist näher. Das heißt, wir nehmen da jetzt die Äpfel. Was könnten wir auch machen? Machen wir. Noch mehr Äpfel. Mehr Äpfel. Wird vielleicht bei der anderen machen sollen, aber die... Ja, aber 104 holt. So, da gibt es sehr teure Äpfel. Und eine La-Station. Sind wir schon dort? Was war... was haben wir gesagt bei Turtle Weiss? Da wollten wir doch... Achso, wegen der Rolle vielleicht schauen, gell? Mhm. Tausend einer Neufeld. Tausend einer Neufeld. So, Turtle Weiss. Schauen wir mal. Schaden kann es nicht. Kann nicht schaden, gell? Ich fahre jetzt hin. Ich fahre jetzt hin. Sind wir gut? Nein. Waren kaufen oder verkaufen? Brauchen wir nichts. Nur billig. Die sind voll billig. Sollen wir die kaufen? So, ist noch ewig, oder? Neun Tage dauert es. Das ist eine Woche ungefähr. Naja, die lassen wir. Das sind 450, ne? Ja, lass. Gut. Lassen wir es. Okay. Das heißt, die Folge wäre mal wieder vorbei. Oh. In der nächsten Folge. Holen wir dann die Zahnräder und dann haben wir auch sicher die Juwelen zusammen. Jetzt haben wir schon drei, sieben Tage eine Woche. Dann können wir inzwischen nochmal rauf fahren und uns dann den Farbhandel betreiben. Den Farbhandel betreiben, genau. Okay, ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschau.